Moin Moin, heute gewartet zu einem neuen Woggedeak. Wir gucken uns gemeinsam den Woggedeak-Shop an und los geht's. So, haben wir einmal eine Aukojackierung. Ja, geg. Nein. Verklebt. Wenn wir boosten, dann kommt dieser Streil raus. Ja, das gibt's Besonderes. Gassen, Aukohäufen, sehen scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Dann wieder was, wenn wir boosten. Ja, macht man schon Eich, Eich, Müll. Das ist genauso. Auch Huggig eigentlich, aber klingt nicht hässlich. Ja, auch wieder was. Nein, du warst gar nicht. Ich dachte, ich war auch nicht. Ich möchte nicht kümmern, und sch dann gehe ich hier drauf ein Auk... natürlich ein Auk-Auk-Reifen und sowas natürlich hier, wieder was hier hinten und auch guck, 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 guck dann hier irgendein Keil da oben auf dem scheiß Auk-Gach ja, Fußball-Sachen... Juck, ich heil mich hier das Auk-Go Geil, ein paar Kick... Kauschen, Koins... Ja, Auk-Jackierung, Eis dabei natürlich Hab mich mal wieder verkickt, wie immer auch hier auch hier auch hier das selbe was auch hier das selbe und was auch 3x 4,50€ Paket da mag ich gar nicht in Rocksteen 3x 4,90€ 1 Aukopaket mit Aukoreifen ja, 4 um Eis und Coins natürlich und ja, ganz spaßiger mit dem Rock-It-X-Kopf aufgewegen, haut da rein und schau schau